Herzlich willkommen! Ich bin's wieder, Ali, euer 3D-Tutor, und ich möchte euch heute einen Shortcut zeigen, mit dem ihr Objekte noch schneller und einfacher aus eurem Bild herausarbeiten könnt, mit dem ihr noch schneller Personen aus eurem Bild entfernen könnt und den Rest des Bildes neu errechnen könnt. Kurz in eigener Sache, bevor ich euch das zeige, wer im 2D- und 3D-Bereich auf dem Laufenden bleiben will, gern den Kanal abonnieren, mir einen Daumen nach oben dalassen, und dann wählt euer Objekt, meinetwegen mit dem Objekt Auswahlwerkzeug oder womit auch immer, aus, sodass ihr eine Auswahl erstellt habt, dass diese gestrichelten Linien hier zu sehen sind. In meinem Fall ist das hier dieses uralte Bauwerk. Ich habe das ausgewählt mit dem Objektauswahlwerkzeug. Und jetzt kommt der Shortcut einfach mal auf Shift und dann Backspace gehen, also Umschalttaste und die Taste zum Entfernen von Texten, und eine Sekunde warten. Der Horizont, die Bergkette hier wurde entsprechend errechnet. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz auf den Kopierstempel. Mit Alt und der linken Maustaste wähle ich mir eine Referenzstelle aus, von der ich etwas kopieren möchte. Und dann kann ich hier ansetzen und dann einfach mal lospinseln. Und dann habe ich es bereits geschafft. Das Objekt wurde bereits komplett sauber herausgerechnet. Wer will, kann jetzt hier noch beigehen und den Schatten entfernen. Das möchte ich an der Stelle nicht. Anstattdessen noch ein kurzer Hinweis. Wenn ihr mit dem Bild bereits gearbeitet habt, dann kann es sein, dass euch, wenn ihr diese Tastenkombination ausführt, ein Fenster angezeigt wird. Inhaltsbasiert füllen. Das könnt ihr dann mit OK bestätigen. Und dann wird im Grunde dasselbe passieren. Ich kann das Ganze hier noch mal versuchen. Ich habe meine Auswahl erstellt. Dann noch mal Shift und Backspace-Taste. Und wenn ihr dann noch mal mit OK bestätigt, also das könnte euch passieren, dann würde im Grunde dasselbe passieren. Er würde das inhaltsbasiert versuchen zu füllen. Und das tut er dann an der Stelle auch. Eine Sekunde wieder warten. Und ihr seht, es ist nicht viel passiert, weil es da nicht viel zu entfernen gab. Ich freue mich auf euch im nächsten Tutorial.